Jetzt bin ich kurz überfragt, kann man das rausschneiden? Oh, kann ich nochmal aufstehen? Weil mein Handy ist noch an, das hat ausgerechnet. Ralf, 54 Jahre, seit über 30 Jahren in der Automobilindustrie beschäftigt. Ja, hab ich. Nö. Zum heutigen Zeitpunkt wäre es mir peinlich, aber damals fand ich es richtig. Ja, die reden meistens viel, ohne viel auszusagen. Vielleicht ist das der Sinn, der hinten dran steckt. Das kommt aufs Thema drauf an und wie es ausgearbeitet ist. Ich bin ein naturnaher Mensch, halte mich viel in der Natur auf. Ich bin leidenschaftlicher Radfahrer, komme auch so viel im Land rum. Nein, das habe ich nicht. Nee, eigentlich auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Die AfD ist eine Partei, die ich ganz klar in der bürgerlichen Mitte sehe. Und von daher denke ich schon, dass ich da richtig bin. Ich glaube, das war Pink Floyd. Aber welchen Titel das Ganze hatte, weiß ich nicht mehr. Am liebsten gehe ich tatsächlich in die Pizzeria. Bill Zeller. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ich schaue mir auch gerne Theaterstücke an oder gehe gerne in Konzerte und das fehlt schon. Gut, sehr gut. Ja, ich würde mich, wie gesagt, ich bin ein sehr naturnaher Mensch und würde mich im Landtag natürlich gerne für die Themen Naturschutz, Umweltschutz und Energiepolitik einsetzen. Ist selber schuld. Ja, das ist eine Serie, die damals in meiner Zeit als Kind und Jugendlicher liebt und von daher finde ich den Kirk noch sympathischer. Ralf, 54 Jahre, seit über 30 Jahren in der Automobilindustrie beschäftigt. Ja, das ist noch nicht gewisszauner Mensch. Vielen Dank.